jojohle und jetzt kommt zu einer weiteren folge oder zu einer folge mario party ja ich hab gerade ein bisschen zu spät aufgenommen habe gar nicht gewürfelt habe aber eine sex gewürfelt also das hat automatisch getan und ja auf jeden fall zu einer runde mario party wenn ich das bei mir gebracht habe also ist schon ein bisschen länger her also die letzten zeit die letzten zwei wochen glaube ich habe ich es nicht gebracht aber da wo ich es also eigentlich fast immer wo ich es gebracht habe habe ich immer so zu zweit zu dritt oder noch mit mit mehreren leuten gemacht aber ich dachte mir einfach mal jetzt mal so alleine denn das wurde alles geupdatet ich weiß dass ich das im streamer gespielt habe und da fand ich das auch schon richtig geil und ja wieso denn die ich auch hier auch als aufnahme alles auf dem sitoxin server auch dazu gesagt und ja also die ich glaube die meisten kennen das ehe und ich hätte einfach rennt so ich bin ich war noch zweiter ich dachte dass genau dann so ein millimeter davor noch rot wird aber egal ich denke auf jeden fall alle wissen was machen party ist falls nicht erklärt es einfach nochmal also hier muss man jetzt so würfeln wie bei dem normalen mario party halt und dann würfelte man halt eine zahlung man kann dann fünf felder vorgehen und ich oh gott war das schlecht und ich darf jetzt zweimal würfeln weil ich zweiter geworden bin der erste darf er auch zweimal würfeln aber der dritte hat ein würfel von 1 bis 2 oder bis 1 bis 3 der zweite 1 von 1 bis 4 und der erste 1 von 1 bis 6 also zweimal den vollen würfel und ja man muss halt bis ans ziel kommen das gibt es gibt insgesamt wie viel fehler ich glaube 68 wenn ich das hier richtig gerechnet habe und ja und dann hier halt so verschiedene mini spiele wo man sich dann halt die extra würfe erspielen kann und ja hier sind so mineren ich weiß nicht ob das auch extra nachgebaute mario schlicht mario spiele sind weil normal mario teile gibt es ja auch extra so spiele dafür und ich glaube die ist deshalb verkackt mal bin ich immer voll gut aber ich finde auch einfach kein richtig guten weh ich weiß nicht ob die genau exakt nachgebaut sind ich denke mal nicht weil ich den hier nicht kenne und ich fand nicht mal jeder die wand von mir ja ich weiß nicht also ich denke nicht dass hier alles nachgebaut ist so eigene ideen sind ja natürlich auch dabei und ja so viel zu mario party aber ich habe schon ein paar mal gespielt zweimal 34 ich weiß nicht und ich habe ja eine sex so kurz das wird also ich will hier wurde ja alles erneut es gibt auch neue maps und alles auf jeden fall vorbeischauen ap ist auf jeden fall in der beschreibung und ja was ich noch sagen kann ist dass heute oh gott da wäre ein boss of ack gewesen da habe ich Glück gehabt da wird man so ein paar blöcke zurückgeschmissen und ja was ich schon mal erzählen kann ich habe heute ist bei mir dieses spiel weil ich gestern schon erzählt angekommen also gestern ist bei mir also für euch heute ne für euch gestern für mich heute ist pokémon angekommen ich habe mit dieser vier edition bestellt glaube ich habe ich gestern auch schon gesagt und ja ist auf jeden fall jetzt da ich habe schon ein bisschen gespielt und ja aber ich werde dann weiß ich irgendwann dann noch mal was dazu sage welches irgendwann machen und jetzt nicht hier weil ich halt einfach noch nicht so viel gespielt habe ich bin gerade verwirrt ich dachte ich komme so und dann doch nicht okay aber hier ist die leute sind schon viel weiter und hier oh gott ist es war fail okay hier bekomme ich auch wieder kein extrawürfel ich weiß ich bin auch sehr viele gute leute glaube ich finde ich zumindest und einfach so zwischendurch so die hellen was soll es schlimm ob ich dachte hey noch keiner oben und dann ist zwischen ihm und oben ja ich finde ich bin muss eigentlich richtig geil so zu zweit zu dritt so ist natürlich noch geiler weil man dann halt sich sozusagen in den mini spielen duelliert mario party ist natürlich ein besseres feeling so aber ich meine wenn es das wenn man es doch schon umsetzen kann in minecraft wie es sollte einfach nicht machen mir fällt auch gerade auf dass diese dieses gras hier in dem texture pack nicht geupdatet ist mich fragen auch immer wieder leute wegen dem texture pack download ich habe ich glaube ich schon viel zu oft erzählt und ja ich glaube aber dass der download link für den ding jetzt gesperrt für das texture pack jetzt gesperrt ist da hat es halt copyright mäßige texturen hat wie zum beispiel das das hier das hier das da unten also es hat halt so ein paar dinge von specs die man ohne also die über rechtlich geschützt es gibt sogar ein neues das muss ich zum beispiel auch noch nicht die urheber rechtlich geschützt sind und die darf man hat natürlich nicht in seinen eigenen texture packs verwenden und das hat der liebe max hat getan aber bewusst und hat dann halt so ein video hochgeladen und es ist nicht von auf seinem kanal sondern also schon dass es ein texture pack ist so aber auch gott ich war sogar noch dritter weil er jetzt weiter ist okay aber es ist echt geil nachgebaut und ja das video ist jetzt gesperrt von dem typen der das hochgeladen hat und man kann es sich jetzt nicht mehr download und ich habe den link glaube ich auch gar nicht mehr vielleicht schon ich weiß gar nicht ob gott das war schlicht und ja ich glaube dass man es sich nicht mehr runterladen kann okay der büro geht von 1 bis 2 gut gut ich habe noch ein bisschen was rausgeholt ich bin jetzt auf feld und ich bin ich bin auf 26 erhofft und 28 heißt es zwei vor mir und online ich fall zurück und mein handy vibriert ich soll das echt mal ausschalten okay ich bin wieder zwei fälle zurück heißt ich habe mir doch die zwei nicht gemacht die ich gerade gewürfelt habe suboptimal aber wen juckt ja okay mich weil ich jetzt hier aber was heißt verlieren mein gott oh gott okay das ist auch ein geiles spiel muss aber ich werde mich jetzt sublimieren weil ich nicht alle dinger kenne oh gott oh gott äh musik ich kenne das nicht ich kenne es nicht man muss ja halt so dinger wählen ich weiß nicht ich kenne es nicht ich kenne es nicht ich kenne ich muss ich kenne ich kenne die meisten musik dinge nicht man muss ja die richtige musik geraten ich kenne es auch nicht ich habe keine ahnung kind of magic vielleicht ich denke wenn dann das ja ich weiß nicht ich kenne ich kenne es hier zum ersten mal dieses spiel hier ja genau oh gott ich kenne es jetzt muss ich nur wissen wie es heißt ich kenne es schon wenn ja ich kenne es schon aber ich weiß nicht wie es heißt Nein, dann der Edge of Glory, weil die andere kannte ich alle, glaube ich, wenn dann der Edge of Glory, ja, ich wusste ja nicht, wie es heißt, aber ich kann den Ding so, oh Gott, ja, das kenne ich auch, ich weiß nicht, wie es heißt, oder, ja, ist auch, ne, ist nicht aus Mario, oder, oh Gott, keine Magic, nein, nothing else matters, Tetris ist es nicht, entweder, ich weiß es nicht, na, ich, ich weiß, ich wusste nicht, ob Mario oder doch nicht, ich bin so schlecht in dem Spiel, Ich kenne es auch irgendwo, ja, man, ich kenne alles, aber ich weiß nicht, wie es heißt, mein Handy, oh Gott, äh, jetzt, ich sage, ob es sonst, äh, jetzt mal, nee, dann das, weil jetzt mal live ist ja das, äh, dann müsste es das sein, normal, jo, hä? Oh Gott, nein, das war doch, festival, Alter, mein Handy, ne, ich schalte es jetzt schnell aus, ich habe keine Ahnung, äh, Grenade, Grenade, das ist Grenade, das weiß ich okay jetzt war der vibration zum ausschalten jetzt ist es aus man die man ja gut ich bin nicht ich bin auf drei mann ich habe drei punkte ich kann die kinder die ganze lieder nicht ich müsste es echt öfter spielen kann ich jetzt also auswendig aber ein paar ich kannte ich kann ich kann auf jeden fall so jede melodie aber ich weiß nicht wie die heißen das ist mein problem ich erkenne halt die meisten aber ich weiß nicht wie es heißt das ist mein größtes problem 35 felder als ich dritte glaube ich ja aber einer ist mit mir gleich und einer ist immer noch zwei vorne müsste ich mal langsam aufholen hello kommt er herr von wo kommen wenn die so weit games ok da unten steht auch weiter über immer der spielbonus mini so weit ist es einfach kisten suchen anstatt einem holzschwert und töten also kisten erst versuchen und dann gegeneinander töten keine pfeile das ist gut durch gut kisten werde ich jetzt wahrscheinlich keine erfinden weil ich jetzt schon eigentlich alles gute habe ich hatte zumindest noch nicht was besseres hier oben glaube ich geht es irgendwo noch runter aber er hat mich gesehen ich hätte den einfach so von hinten und man regeneriert und ich habe schon damage bekommen man ist auch man hat auch keine zwei leben oder so man ist einfach sofort tot aber da war jemand das war so ein enger raum da konnte ich nichts machen nein aber wer ist denn wer war denn mit mir mit mir gleich der darf jetzt auch nicht weiter kommen zumindest muss ich dann auch noch gut würfeln dass ich denn das dinge noch ohne ich weiß jetzt nicht wer erst aber da muss ich mir gleich merken flo muss sterben flo muss sterben heißt der flo ja und er hat noch ein klick gemacht man kann ja auch nicht runter ne er war nicht erster ich weiß nicht ich muss mir jetzt echt mal anstrengend ich hier noch guten platz erreicht und er hat einen steinschwert kritisch ey für den ok der ist tot oh check ist er sein erster ich weiß gar nicht ok super flo holt das den glaube ich da kommt pilskrafter er hat wahrscheinlich nicht viel herzen glaube ich doch lol ok glaube er hat gewonnen und ja warte ich war nicht dritter nein ah ich muss sechs würfeln und er muss verkacken dass ich denn hier noch eine chance habe ja hier ist er ist er auch zurück ich weiß nicht ok ich muss eine 6 würfeln ja ok nur gucken was er gewürfelt hat weil er darf natürlich zweimal weil er erster geworden ist und zweimal sechster er kann also zwölf würfeln dann wäre er richtig weit vorne ok da ist erster aber das aktualisiert sich erst gleich oh gott 26 selder 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 noch ok skia floh ist 45 er ist 6 felder vor mir ja er hat glaube ich sogar zweimal eine 6 geworfen mal wer auf dem gleichen waren oh nein jetzt müsste das gleiche mir passieren aber hä wie denn ich bin schlicht und ist gerade in dieser lage situation oh gott ok ich dachte das ist irgendwie die gleiche map auf dem hive ist es aber nicht oh gott ok das war gut und das war auch gut oh gott also one in the champs ist es hier ist sollten wir nochmal auch kennen ne das ist er nein er wo mir geklaut oh neuen neuen 빨sten nene bitte warte nein schade dachte er wartet so lange bis ich bei ihm bin und ihn schlagen kann aber der alle alles der meiste fehlen ja oh gott nein ich war einfach ok ich muss noch ein paar kills machen da ich die erste bin Oh Gott, der Fall war stark Oh nee, hey, ich sehe, dass du bald hast Okay Habe ich Das war schlecht Aber, okay, ich habe den First Hit schon Okay, okay Ich bin, äh, nicht Erster, aber darf nicht sein Nein, nein, das darf nicht Okay, der war Nein, ich darf nicht Oh Gott Okay Ich muss jetzt hier noch ein bisschen dominieren Das wird das nix, ne? Oh Gott, den feier ich mir Sparen soll, ja, okay Wie lange geht es hier? Eine Zeit, der hat 20 Sekunden, oh oh Nee, ich muss hier nicht besser schießen Oh Gott Okay Ja, nein Oh Gott, ich brauche zwei Kills noch Okay, ich bin zweier geworden Und er ist Sky, der Flo ist auf dem sechsten Platz Gut Ich könnte ihn aufholen, falls er es richtig schlecht würfelt Könnte ich theoretisch machen Okay Aber ich werde sowieso verkacken Der erste Würfel muss schon sitzen Ja, oh, hier Okay Er kann jetzt schon nicht weiter sein wie ich Wir sind jetzt, glaube ich, gleich Ne, ne, ich stimme gar nicht Okay, ne 3 Was ist besser? Ich hätte einen mehr Äh, äh Hier haben können Okay Da vorne ist, by the way, das Ziel Ich bin Zweiter Okay, er ist nur zwei Feld da vorne Er braucht nur 18 Nicht nur 20 Das neigt sich schon dem Ende Aber Ich bin nah dran Was blieb Okay Na, ich weiß nicht Da kann man jetzt natürlich Auf einen gehen Na, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war Nein, ich soll mir das echt mal merken Okay In 7 Sekunden geht es los Ich soll mir das echt mal merken, wer hier vor mir ist Ich glaube, Toto war es Der da hinten Der Ich soll mir das echt mal merken Oh Gott Das ist auch immer fies Okay Ich muss einfach lange überleben, so dass ich auf den dritten Platz komme Das ist eigentlich, äh Das Das einzigste, was ich machen kann, so Oh nein, okay, das war dumm Das war dumm Oh die Ist Toto noch drin? Wahrscheinlich schon Ja, er ist noch drin Ah ne, er ist draußen, ja Oh Gott Das war gut Das war sehr gut Also, dass er jetzt rausgeflogen ist, natürlich Jetzt sollte nur jemand gewinnen, der halt nicht nah hinter mir ist, ne Und es sind auch Es ist keiner mehr drin, der nah hinter mir ist Soweit ich das gelesen habe Ne Die guten sind nicht Anfängstrichen die guten Sind alle schon draußen Okay Wenn ich jetzt gut würfel, habe ich den ersten auch wieder Aber wenn ihr auch gut würfelt, dann Kritisch Es ist kritisch Aber die Spiele hier sind auch immer voll spannend Weil man halt einfach nicht weiß Wer das holen kann Das kann sich einfach im letzten Wurf noch entscheiden Ähm, und am Ende entscheide, falls beide ins Ziel kommen Wer mehr noch hat Also wer höher gewürfelt hat in dem Zug Ähm, und Oh Gott, ich wäre das schon zehnmal runtergefahren Er bleibt einfach auf dem kleinsten Stück Oh, er ist okay, er ist draußen Und ich bin wieder unten Hm Okay, ähm, ne Ich glaube, es war jetzt keiner da In den Top drei Die mir auf die Äh, hier Die mich hier aufholen könnten Ich glaube nicht Okay, jetzt nur sechs Ja, oh, hier Entweder ich habe jetzt aufgeholt oder Ähm, ist gleich geblieben Falls er denn jetzt auch nur sechs gewürfelt hat Okay, okay, okay Werde dabei deputiert Die müssen auch alle erst würfeln Ah ja, und das blaue Feld hier bewirkt Ähm, dass man, äh Ein paar Felder vorgeworfen wird Okay, ich bin erster Ja gut 14 Felder noch Er ist 17 Okay 17 24 Okay Zwei Leute sind hinter mir Uh, hatte ich Glück Hatte ich Glück Okay, konnte gar nicht mehr werfen Okay, jetzt keine Eins würfeln oder so Bonusfeld Was? Ich wurde Ich war auf dem Bonusfeld Ich wurde vier hochgeworfen Noch besser Okay Ich brauche noch zehn Heißt, wenn ich hier erster wäre Und zweimal sechs würfel Oder wenn man eine sechs Und eine fünf Oder zwei mal fünf Dann habe ich's Oh Gott Und das Spiel Kennt ihr wahrscheinlich auch Ähm Ja, man muss sich hier einfach Auf die Wolle stellen Die man ins Inventar bekommt Also schnell nach Zeit so Sonst fällt man da runter Und dann hat dieses Spiel verloren Oh Gott Okay Ich bin natürlich immer schwerer Und immer schneller So, dass man das nicht die ganze Zeit So lange dauert Okay Merkt man schon, dass es schnell wird? Ich glaube nicht Ah, die sind schon draußen Ah, die standen wahrscheinlich schlecht Oh Gott Violett ist das hier? Ist das Violett? Gelb Oh Gott Es wird schon schnell Es wird schon schnell Bei solchen Linien ist es so gefährlich Wo man steht Ich hatte gerade richtig Glück Oh Gott Gap Oh Gott Bei so schrägen Linien Ist es eigentlich immer Glück Oh Okay 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 Nein Oh Nicht so Hey, wo ist es? Hellblau stehe ich genau drauf Okay Schwarz Ich bin nur noch mit Jackie Also es ist schon riskant Es ist zumindest immer explodiert War anscheinend diesmal nicht Oder? Oder jetzt jetzt Ne Gut Ähm Ja Das war es auf jeden Fall Von dieser Mario Party Runde Ich finde den Spielmodus immer wieder geil Weil Keine Ahnung So wieder was Neues So Was heißt Neues Die Lobby hier sieht auch schön aus Oder was heißt Neues Halt wieder mal so Bisschen was Altes So Hervorheben Und Ja Auf jeden Fall war es das jetzt Wenn es euch gefallen hat Will ich mich natürlich über eine Bewertung freuen Und Ja Wir sehen uns morgen dann Bei dem nächsten Video wieder Ciao